Hechtig, Alter! Max! Nimm! Zieh, nur mit der Binde! Zieh! Geh! Andre, jetzt kannst du rückwärts fahren! Mach das! Mach das! Mach das! Mach das! Mach das, mach das! Mach das! er will ja das stück noch nutzen das stück ist noch gut ich will nicht deine eier sehen ich blitze ja noch so und wann ist das so streckig zu fahren? ach nee, 16.70 Uhr äh, weiß ich gar nicht 16.70 Uhr, also jetzt halt zurückfahren ja, du, hey fahr mal zurück und lass was auch stehen ja ja oh nein alter meine güte ich glaub du kannst doch mal ran fahren ja 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 der hinter reihe alter los, ab ins lager ab ins lager ab ins lager ja ab, der kann ja mitmachen ich bin beim Schriftfahr also ab o w o w Ja, 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 jetzt. Ja, 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 das geht schon. Auf alle Falle schon mal 3 Kilo leichter abziehen. So, wieder sauber. Genau, wieder sauber. Oh Mann, Alter.